Müdigkeit. Kennen Sie das auch? Zum Beispiel müde sein, noch müde sein am Morgen, wenn man aufstehen soll, Müdigkeit nach dem Mittag, vorzeitige Müdigkeit am Abend. Das ist aber nicht nur körperliche Müdigkeit, manche sind auch einfach geistig müde, sind erschöpft, zu erschöpft, zu müde, um zu denken. Mein Name ist Christine Rosatana, ich bin die Leiterin des Zentrums für Vitalität und Hormonpower. Viele Leute, die zu mir kommen, kreuzen dieses Symptom an, Müdigkeit. Interessant ist, was viele gar nicht wissen, dass unsere körpereigenen Hormone auch ursächlich beteiligt sind an dem Symptom Müdigkeit, denn unsere körpereigenen Symptome steuern alles. Die steuern Organe, Zellen, körperliche Funktionen bis hin zu geistige Funktionen und psychische Funktionen. Jetzt im Folgenden auch ein paar Hormone, die beteiligt sind ursächlich, weil Leute eben sich müde fühlen vorzeitig. Das ist zum Beispiel das Hormon Progesteron, das Testosteron, das Cortisol und das DHA aus der Nebenniere. Diese sind meistens mitbeteiligt und zwar im Wert zu tief und in eine Disbalance und das folgt dann auch zum Symptom der Müdigkeit. Wollen Sie mehr darüber wissen und mit mir auch darüber reden, über Ihren individuellen Fall, dann schreiben Sie mir doch ein E-Mail. Sie sehen das unten eingeblendet. Ich freue mich auf Sie und auf unsere Telefonart darüber. Bis bald, Ihre Christine Rosatana.